Musik Musik So gegenüber letztes Jahr noch größer, noch beeindruckender. Musik 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 Ja, die lohnt sich unbedingt, weil wir treffen hier ganz viele Kunden und auch Kollegenhersteller. Deswegen, das ist für uns alle, jedes Jahr kommen wir gerne nach hier. Untertitelung des ZDF, 2020 Highlight heute war die verschiedenen Möglichkeiten, Gülle auszubringen, umweltgerecht und geruchsarm. Die Gülleverschlauchung war sehr interessant, kennt man sonst nicht so. Die Gülleverschlauchung Ja, sehr gelungene Veranstaltung. Ich glaube, jeder, der irgendwie in Sachen Gülle-Technik unterwegs ist, war heute hier am Bad. Wie schaut es aus nächstes Jahr mit dem Progesang Felkheim? Wir sind auf jeden Fall wie jedes Jahr wieder dabei. Ja, sehr gelungene Veranstaltung.